Jeder einzelne Einkauf, den du tätigst, schreibt ein Stückchen Zukunft. Momentan verschieben sich unsere Konsumausgaben in eine bedenkliche Richtung. Denn immer häufiger fließt ein erheblicher Teil deines Konsums in Gewinne und Boni. Andere essentielle Unternehmensbereiche kommen dagegen meist zu kurz. Aber wie wäre es, wenn dein Konsum den entscheidenden Unterschied machen kann? Stell dir vor, wenn ein Großteil deines Konsums nicht in den Gewinn, sondern in die Langlebigkeit deines Produktes fließt, die Umwelt nicht nur schützt, sondern auch aktiv aufbaut, ein fairer Anteil für Steuern verwendet wird, von denen wir alle profitieren und dem wohlergehenden Mitarbeiter zugute kommt. Auf welchen Weg entscheidest du dich?